Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen sehr früh angefangen mit der Aufnahme, aber wie ja schon gesagt... ...au verflucht. Äh... Das ist ja... das ist jetzt aber wirklich Mist. Das wird die... oh oh oh. Das wird die Insel gewesen sein. Das wäre jetzt natürlich Mist, wenn wir nicht mehr zurückkommen. Das müsste meine Insel gewesen sein. Doch, die andere sehe ich jetzt gar nicht und die hier... Oh, hier waren wir schon mal. Scheint auch ein bisschen größer zu sein. Okay. Oh. Das ist jetzt stark interessant. Der Fall zeigt nämlich zu, zu genau auf diese Insel da rüber. Oh, verflucht. Die zeigt mir eigentlich, ich glaube wirklich zu genau auf die Insel. Der Fall. Da weiß ich noch nicht, was ich mache. Wahrscheinlich zu der Insel mal rüber. Da ist ein Schweinchen. Boah, das interessiert mich aber wirklich dolle, was auf der Insel ist. Weil, wie gesagt, der Fall, der zeigt so eindeutig zu der Insel. Habt ihr gesehen? Ah, Mami-Schwein. Was bedeuten kann, dass hier auch Schlangen sind. Ah, wir haben wieder fünf Pfeile, glaube ich. Ah, das ist ein meiner. So. Wir wollen natürlich auch noch mal auf Krabbys achten. Mhm. Genau auf dich. Genau dich meine ich. Und der Letzter. Pling. Mist. Hä? Hunting. Oh Gott. Hunting müssen wir jetzt auch ganz oben haben, wa? Nee, noch nicht. So. Moody. Oh, da. Huh. Knapp. Oh, gross. Alter. Miss-Schlange hier. Oh, der ist weg. Das ist doof. Das ist nicht nett. Weil wir brauchen noch einen Pfeil für das Schwein. Weil wir brauchen sechs. Gott sei Dank ultra leicht herzustellen. Ah, nicht rennen. Was. あの Pfeil. Kat. Ääh. Tschüss. Wahrer. Das ist aber leicht. Det ist eine Die Hand. So, jetzt haben wir wieder fünf. Ist der... Ist der ernsthaft? Die Spawns? Der Fall scheint die Spawn zu sein. Ah, der war eigentlich noch hier. Na gut, vielleicht ist er auch... Gut, vielleicht ist er auch kaputt gegangen. Ist ja egal. Ich glaube, so dolle gejagt haben wir... Schlange nicht mehr. Schlengere vielleicht auch. Können Sie mal ein Schwein, ich frage, haben wir schon mal so doll gejagt? Ne? Er sagt nein. Okay. So. Tschüss. Oh, das wäre auch mal interessant. Haben wir hier heute denn jetzt auch alles weg? Und böse Tierchen, die uns weg haben wollen. Ich persönlich würde sagen, ja. Warte, wie hoch der springt eigentlich? Geil. Ja. Ah, ich weiß sogar, welche Insel das tatsächlich ist. Ich kann es... Auf der Insel war ich schon mal, da wäre ich fast gestorben. Da bin ich jetzt... Ich sage es nur mal so ungefähr. Ungefähr halt von so einer Insel... Ne. Tatsächlich, ich glaube, ich bin sogar von so einer Insel rüber wieder geschwommen, weil ich halt fast gestorben wäre. Hm. Äh. Mein Problem ist, ich möchte mich auch nicht verirren. Das heißt, ich möchte hier zwingend mein Zuhause finden. Also ja, klar würde ich das gerne machen. Aber das ist jetzt nicht... Das, was ich jetzt zwingend will. Sondern... Auch wieder zurück zu der anderen Base kommen. Und deswegen werde ich jetzt hier auf jeden Fall wieder Pfeile setzen. Dann muss ich was essen. Nö. So. Darum werde ich hier gleich mal ein Ding-Zieb wieder hinpacken. Natürlich. Äh. Ein Pfeil. Falls ich das jetzt schon gesagt habe. Falls ja, Scusi. Da habe ich es nochmal gesorgt. Genau. Der hier. Ähm. Ah, hab sogar. Oh, verflucht. Die ist schon echt voll. Ja. Okay. Ähm. So, nicht, dass das in die Irre führt. So, vielleicht jetzt mal speichern. Jetzt war hier ja nichts weiter groß drin. Ich finde es so geil, dass hier nichts despawnt. Alles, was hier liegt, bleibt auch liegen. Das finde ich so genial. Gespeichert habe ich. Ich gehe da mal kurz rüber, ob da überhaupt noch was drin ist. Ui, tagsüber ist das natürlich schöner. Okay. Ich glaube, man braucht auch nur bis... Oh, 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 okay. Das ist ein Hai. Nicht schön. Ich meine, klar, die Haie töten mich nicht sofort, weil ich bin schon ziemlich hoch gelevelt. Also auch tatsächlich auch so ein kleiner... Wir haben noch kein Hai getötet. Wir sind jetzt bei der 89. Folge. Wir haben noch kein Hai getötet. Und wo so viele geschrieben hat, das ist so leicht... Haben wir es noch nicht gemacht. Oh, okay. Das reicht mir schon zu sagen, dass ich hier unbedingt noch mal durch muss. Äh, ja, unbedingt sogar. Selbst wenn ich hier schon mal war. Oh. Oh, oh. Der trifft mich gleich. Ich, oh. Uah. Du schriegst mich an mir wieder Hai. Okay. Ich meine, ja, klar. Ich war gerade wirklich am Limit mit meiner Atemluft. Okay, ähm. Ja. Da sind drei Schiffe direkt nebeneinander. Oh, schon gesmoked. Gekocht, gekocht. So. Das sind ja die wichtigen beiden Kisten, genau. Und die beiden gefundenen Kisten. Ne, guck, die Wand sind leer. Da. Kann man hier durchlaufen? Ist der jetzt auch unsichtbar? Jo. Nee, du bist nicht unsichtbar und du auch nicht. Hm. Egal. Ich. Doch, da sind wir fertig mit dem. Mit dem sind wir fertig. Jetzt gehen wir mal zu dem rüber. Bitte Hai sei weg. Oh, da ist noch ein Giftfisch. Das ist noch ein Giftfisch. What? Der spinnt, der ist von unten, glaube ich. ist das, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die kleiner, ob die kleiner Rennfische auch irgendwie was machen können. Äh, Heie, Fische. Oh. Ich schreibe immer Tab. Ach ja. Der setzt da, ey. Tab drücken. Oh Gott. Ich glaube, ich bin gerade beim Hai reingesprungen, bei dem kleinen. Oh. Boah. Müsst du noch mal ein bisschen drückspulen und mir das mal in die Kommentare schreiben. Bitte auch mit der Minute. Falls ich... Da vergesst du noch mal richtig danach zu schauen. Boah. Sah aber nah aus. So. Die könnten wir jetzt alle... Drrrrrr. Okay, Metall. Kommt da hin. Oh, Essence Forward. Das kommt... Hatten wir noch gar nicht. Okay. Dann bleibt das hier sogar auf der Insel. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, sowas dann immer noch mal auf einer Insel zu haben. Ähm. Gut, jetzt machen wir dann tatsächlich doch gerade die Insel komplett fertig. Gut, was doof ist, ist das natürlich am Tage. Blubberts nicht. Das ist echt doof. Das ist dann natürlich nicht, ob hier irgendwo noch Boote sind, weil die sehen wir nur nachts. Aber jetzt sieht es aus nach nichts. Und nachts kann es dann doch wieder blubbern und da ist ein bisschen tiefer was. Oh, verdammt, zu lang gerannt. Mist. Ja, ansonsten das und das. Okay. Wollte ich zwar nicht, aber ist ja auch nicht schlimm. So, jetzt hier rein. Los. Du schaffst das. Aupe. Er sagt nichts. Nichts. Blüder, einer hat so ein... Okay. War das gerade so ein Hai? Geräusch? Ich glaube nicht. Ich sag nein. Da habe ich jetzt natürlich nur nicht so tolle Sachen, nicht so interessante Sachen gefunden. So. Doch. Die hatte ich noch nicht. Okay. Da ist Mist viel wieder. Ah. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gar nichts. Motor. Nichts. Nichts. Da ist was am Klettern drinnen. Oh. Ich glaube mal Hai ist wieder hinter mir. Alter, das ist schwer. Wie viele Hai sind jetzt hier momentan unterwegs? Gekocht. Geschmockt. Alle bis auf du. Okay. Was haben wir gefunden? Naja. Motorteil. Und haben wir jetzt hier nicht. Hatte ich auf dem... Hatte ich auf der anderen Insel. Ja. Gut. Dann erstmal wieder mal. Vielen Dank für's Zuschauen. Ableib mich. Gib doch noch um und schreib dir in den Kommentar, wenn dir das Video gefallen hat. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.